So, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, sorry, dass die letzten, eine Woche glaube ich, kein Video kam, weil ich hatte keine Zeit dafür. Ich habe viele Sachen für die Schule. Also, na, muss ich machen, weil die berinnt ja bald wieder. Und ja, nicht so leise Benentungen. So, und zwar zeige ich euch heute, wie ihr Lieder herunterladen könnt. Und zwar geht ihr dann auf YouTube. Dann wählt ihr irgendein Lied. Bei mir wäre es jetzt zum Beispiel... Capital Brabe erlebt. Dann geht ihr auf Teilen. Dann auf Link kopieren. Dann geht ihr auf YouTube raus. Auf Google. Gibt da genau das ganz oben. Convert to MP3 ein. Dann müsst ihr auf Video Link url einfügen. Also, die Reihe da drauf gedrückt halten. Dann müsst ihr auf Einfügen gehen. Dann wird da das eingefügt. Und dann geht ihr auf Umwandeln. Genau, da drunter. Ja, dann wird das auch alles schon, ähm, gemacht. Dann geht ihr auf Weiter. Dann auf Download starten. Sorry für meine Stimme und so. Ja, da kann ich nichts dran ändern. Und währenddessen. Und währenddessen, was ist das? Achso, ja, achten. Und nebenbei ist das auch schon fertig. Und ich mach erst mal, ja, Speicherplätze und so. Oh, ja, komm mal. Oh, ja. Ähm. Ja, gut. Habe ich gesagt. So, dann geht ihr. So, um zu sehen, ob das wirklich funktioniert auf Musik. Also, auf eurer Musik-Ad. Und dann geht ihr einfach auf eurer Download. Und dann werdet ihr auch schon sehen. Wartet ganz kurz. So. Okay, dann müssen wir es hier einfach ganz kurz suchen. Ah, da ist es vorbei. So. Wartet mal. Na, das geht. Wie man sieht. Wie man sieht, geht es wirklich. Und ja. Und das mach ich jetzt einfach nochmal mit einem Lied. Und ja. Schreibt mal in die Kommentare eure Video-Ideen, weil ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Von daher. Macht das einfach mal bitte. Das wäre ein großer Gefallen für mich. Und zwar. Entweder. Entweder Blaster von Joe Wave. Joe Wave. Ähm, Season 5 Trailer von Fortnite. Ich finde, das ist mega geil. Das Lied. Oder Summer Jam. Oder Summer Jam Feed, Casey Rebel und Capital Bar Chinchilla. Ja. Ja. Oder wir gucken mal, was wir noch so haben. Aber nee, wir bleiben bei mir. Bei der. So. Und zwar würde ich mir sehr gerne Blaster von der Laden. Ich zeige euch jetzt mal. Ich zeige euch jetzt mal. So. Und wieder das oder Kinichilla. So. So. Ich würde mich gerne an nem Kreuz sehen. Doch ich geh heut in deinen Rücken ohne Feuchtcreme. U.A. Spotify Rage. Nie wieder Piggy und Polizei. U.A. Verdoppel. Ups. Aber ich glaube, ich werde mir Blaster runterladen. oder ich werde mir raten. Ich glaube, ich habe irgendein geiles Video gesehen. so. Also. Ähm. Ups. 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 Hatet mich nicht, weil ich ähm Spongeboss höre. A.K. A.K.A. San Diego. Äh. Äh. Eigentlich habe ich ihn schon abonniert. Aber keine Ahnung. Mein Bruder hat ihn glaube ich deabonniert. Weil. So. Gucken wir doch mal was man so runterladen. Das Problem ist, hier habe ich nicht so geil. Aber. Es wird schon weile wieder. Irgendwo. Entschuldigung. Ups. Und. Töchter. Töchter. und einfach Casanova von Bowser runter, ja, ich hoffe das Video geht jetzt nicht zu lange, und ja, so, wenn ihr mich nicht richtig hört, Entschuldigung dafür, weil ich bin froh, ähm, ab 15 Uhr jeden zweiten Tag zu machen, und ja, so, dann macht ihr das gleiche, dann geht ihr auf umwandeln, dann muss das eigentlich auch ganz schnell lang, und dann könnt ihr auch gleich wieder euer Lied runterladen, ja, weiter, ich finde das mega, ähm, also nicht so cool gemacht, weil früher konnte man, musste man einfach nur, ähm, sein, also den Namen von dem Lied eingeben, und dann könnte man auch suchen und umwandeln draufgehen, und, ja, dann konnte man das immer runterladen, aber guck, wir machen einfach alles, ja, ja, so, Video geht, keine Ahnung, muss ich nicht, hm, 10 Minuten, heilige Mutter Maria, okay, Leute, so, das liegt schon fertig, So, Leute, und das war's jetzt auch schon wieder mit, ähm, diesem Video, ich habe euch gezeigt, wie ihr Lieder runterladen könnt, und dafür braucht ihr nur YouTube, ein Lied, was ihr wollt, und Convert to MP3, ja, und, wo man genau bei Convert to MP3 raufgehen kann, hm, also auf den, welcher Link, da ist euch jetzt nochmal, und zwar hier ganz oben, und ja, Leute, ich hoffe, dass das Video euch weitergebracht hat, und, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, tschüssi, 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 Leute, tschau. Und, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.